Zwei, drei, vier, drei, sechs, sieben, drei, drei, zwei, vier. Das war das sechste Drachenbootrennen des Gymnasiums am Trekplatz-Tief. Wir haben seit sechs Jahren eine Kooperation mit dem Emda Ruderverein. Wir sind als Rudergymnasium sehr aktiv auf dem Wasser. Wir haben eine Ergometer-Regatta, wir haben den Bruderunterricht in Klasse 6 und in der Oberstufe und wir haben unsere Drachenholt-Regatta. Über knapp 240 Meter fahren alle Schüler und auch Lehrer unserer Schule bei dem Rennen mit, das wir traditionsgemäß jetzt immer kurz vor den Ferien gemacht haben. In der Regel war super Wetter, einmal gab es ein bisschen Regen und in der Regel unterstützt von der Sparkasse M. Jedes Mal eine riesen Gaudi, die wir natürlich am Gymnasium Treckwurst-Team mit viel Freude immer wieder erlebt haben. Und da, weißt du warum, wir waren alle so hoch? Im nächsten Jahr machen wir natürlich weiter, denn das Ruder-Gymnasium wird auch als Max-Wild-Gymnasium bestehen. Und dann haben wir eine neue Regattastrecke, auf der wir dann weiterfahren. Vielen Dank! Vielen Dank!